Ehrgeiz ist immer so gut, bis zu dem Zeitpunkt, wo du dich selber kaputt machst. Dann ist Ehrgeiz nicht mehr gut. Und das ist ein ganz schmaler Grad zwischen Wahnsinn und Realität. Schön, dann lasst uns mal kurz das Video ansehen hier. Das würde mich mal wirklich interessieren. Mavix ist ja wirklich auch sehr hart am Grinden schon seit vielen Jahren. Mal gucken, was da kommt. Vielleicht kann man sich damit ja identifizieren. Und dann lasst mal drüber quatschen, was ist momentan los? Und ihr habt es ja alle gesehen in den letzten Tagen, Wochen und ein, zwei Monaten. Es läuft einfach nicht. Und das ist ein Thema, das belastet mich sehr krass. Deswegen mache ich hier dieses Video. Denn ich will einfach mal so ein bisschen meinen Gedanken freien Lauf lassen. Formkrise, Negativ-Serie. Nennt es, wie ihr es wollt. Es ist ein Thema, das betrifft jeden mal irgendwann. Es kann nicht immer alles super laufen. Aber man will der Sache natürlich immer auf den Grund gehen. Und da will ich euch einfach mal so ein paar Gedanken mitteilen, was in meinem Kopf jetzt gerade vorgeht, wie ich mit der ganzen Sache umgehe. Denn wer die letzten Wochen und Monate so ein bisschen verfolgt hat, gerade auch mit dem Hintergrund, wo wir auf den McLaren gewechselt sind, es lief unfassbar gut. Wir sind auf den McLaren gewechselt. Wir waren direkt auf einer sehr guten Pace. Wir konnten um Siege fahren in den ganzen E-Sports-Rennen. Und das hat sich alles so gut angefühlt. Und danach, ab einem gewissen Punkt, ja, war der Stecker irgendwie gezogen. Irgendwie haben wir die PS nicht mehr auf die Straße bekommen, so richtig. Und da wollen wir mal anfangen, darüber zu reden. Wie gesagt, ihr könnt das Ganze für euch auch so ein bisschen als Learning nehmen. Denn jeder hat das bestimmt mal im Leben erlebt, ob es jetzt im Simracing ist oder in anderen Bereichen. Man hat einfach nicht immer einen Höhenflug, sondern man geht auch mal durch ein Tal. Und das muss man einfach auch mal akzeptieren. Das kann auch keinen bestimmten Grund haben, sondern einfach, man ist einfach mental vielleicht gerade nicht auf der Höhe oder unkonzentriert oder nicht fokussiert auf eine Sache oder so und unterbewusst beschäftigt einen was. Ich will euch aber trotzdem jetzt mal so ein paar Dinge nennen, wieso es bei mir oder ich rede auch manchmal von uns als Team, weil es ist komischerweise immer so, vor allem bei Noah und mir. Wir fahren ja die meisten Rennen zusammen. Wenn es gut läuft, dann läuft es bei uns beiden gut. Zumindest jetzt auch im McLaren. Wir waren beide vorne mit dabei. Wir waren beide auf einer Pace. Und wo es jetzt mal nicht so gut lief, dann waren wir meistens auch beide gleichzeitig nicht gut. Mittlerweile haben die sich auch gegenseitig assimiliert im positiven Sinne. Also das ist wie Brüder quasi. Es ist immer irgendwie so ein kollektives Ding bei uns als Team. Und das ist schon irgendwie sehr, sehr komisch. Oder ja, das ist ja irgendwie auch ein Zeichen, dass es vielleicht nicht nur an uns selbst jetzt gerade liegt, sondern dass irgendwelche Sachen im Hintergrund passiert sind, worauf wir jetzt gleich mal zu sprechen kommen werden. Aber ich sage auch immer, die meisten Sachen, die hat man selbst in der Hand. So, und da muss man dann in erster Linie an sich selbst arbeiten. Aber kommen wir mal darauf zu sprechen. Wir sind ja vor, ich weiß nicht wie viele Monaten mittlerweile, vor vier, fünf Monaten oder so, ich weiß den genauen Zeitpunkt nicht mehr, aber auch vor einiger Zeit, sind wir ja auf den McLaren gewechselt. Und dieser Wechsel hat uns sehr, sehr gut getan, denn der Lambo war immer so ein bisschen eigen, so ein bisschen speziell. Insgesamt muss man natürlich immer schauen, dass man als gesamtes Team mit einem Auto klarkommt. Und das war bei dem Lambo immer so eine Sache, denn der Lambo war ein Auto, was schon hier und da so ein bisschen spezieller war und auch so eine Eigenheit hatte, was den Fahrstil anbelangt. Und deswegen sind wir da als Team insgesamt mit dem Auto nie so wirklich klargekommen. Denn man fährt natürlich Endurance-Ligen, man fährt E-Sport-Serien und auf dem Niveau, wo wir mittlerweile angekommen sind, musst du jede Zehntel irgendwie oder jede Hundertstel teilweise rausquetschen aus dem Auto. Und wenn dir da ein paar Prozent Vertrauen fehlen oder vielleicht auch ein paar Prozent Spaß fehlen, dann schaffst du das nicht. Und dann haben wir insgesamt hinterher gesagt, okay. Aber das frage ich mich auch, nachdem ich jetzt Nils und Niklas im Podcast hatte, macht das eigentlich noch Spaß? Also ich weiß nicht, ob Mabix das jetzt noch beantwortet im Laufe der Zeit dieses Videos, aber macht das überhaupt irgendwann noch Spaß? Das ist wirklich eine interessante Frage. Wir lassen den Lambo mal beiseite, weil wir gemerkt haben, wir können irgendwie das volle Potenzial nicht entfalten als Team und auch wir als Fahrer. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir gehen auf den McLaren und wir testen das Ganze mal. Und wir haben relativ schnell gemerkt, okay, der McLaren ist ein Auto, was ein bisschen simpler insgesamt ist und was uns von vornherein einfach mehr Vertrauen gibt. Und wir sind gefühlt irgendwie eine halbe Stunde, eine Stunde gefahren und waren direkt um einige schneller als mit dem Lambo. Und wir haben dann natürlich auch die Top-Zeiten als Vergleich genommen. Wir sind relativ nah rangekommen direkt an diese Top-Zeiten. Und das hat man in den ersten Rennen dann tatsächlich auch gesehen und gemerkt, ey, wir können hier um Siege fahren. Ich habe ein Pro-Series-Rennen auf dem Nürburgring gewonnen. Was ein unfassbares Erlebnis war, mal wieder auf dem Niveau ein Pro-Series-Rennen zu gewinnen. Ich bin ehrlich zu euch, das war richtig geil und das hat richtig Spaß gemacht. Und auch in der Genesis-Liga oder ja. Das hat leider, also Nils hat ja Mavix durchgelassen. Das hat gerade so einen faden Beigeschmack in der Erzählung, dass Nils auf der Seite gebremst hat. Also Sieg ist am Ende Sieg und es ist ja auch dazu gekommen, dass Nils Mavix sehr hart getroffen hat in der Schikane vorher oder getroffen hat in der Schikane. Ja, generell in allen Rennen, die wir gefahren sind, man hat gemerkt, ey, du setzt dich in das Auto, du musst noch nicht mal unfassbar viel trainieren. Du hast ein gewisses Grundgefühl, du kannst das Potenzial ohne Training schon viel, viel besser entfalten wie vor im Lambo mit sehr viel Training. Und das war einfach diese Leichtigkeit, die war von Anfang an irgendwie da bei McLaren bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Dann kam nämlich ein Update, wo ich glaube die GT2-Serie quasi in ATC dazugekommen ist. Da wurden, glaube ich, auch Dämpfer überarbeitet und irgendwie Motoranpassungen bezüglich Leistungsentfaltung auch bei McLaren. Da wurden gewisse Drehzahlbereiche angepasst und so weiter. Man weiß ja nie zu 100 Prozent, was sich alles im Detail tut, aber das war dieses Update, was mit der GT2-Serie kam. Und ab diesem Punkt, da habe ich auch übrigens neue Pedale bekommen, die Simicure-Pedale natürlich, das ist auch immer ein Faktor, den muss man berücksichtigen. Da muss man sich erstmal ein bisschen eingrooven, aber ich sage jetzt einfach mal, nach ein paar Wochen ist das eigentlich schon wieder alles fein. Egal auf welche Pedale ich vorher gegangen bin, gewechselt bin. Es war immer so, ja, dass man manchmal, zum Beispiel der Wechsel auf die VOS-Pedale, da ging es alles sehr, sehr schnell. Da habe ich ein paar Tage gebraucht, bei den Simicure-Pedalen waren es vielleicht mal ein, zwei Wochen und dann war ich richtig drin in der Thematik. Habe meine Einstellung verfeinert und dann war auch alles wieder fein. Das Ding war, ich habe einen gewissen Punkt, bei Noah und mir ist es immer so gewesen, sind immer ungefähr gleich unterwegs. Und wir haben immer ungefähr das gleiche Gefühl oder das gleiche Feedback. Und deswegen ist das gerade so ein schwieriges Thema. Wir wissen ehrlich gesagt nicht, woran es gerade liegt. Ob es jetzt irgendwie mit so einem Update zu tun hat, was da irgendwie gekommen ist, was das Auto in irgendeiner Form verändert hat. Was dir das Vertrauen so ein bisschen, das Gefühl ein bisschen genommen hat. Das ist jetzt die Frage. Es scheint nichts Individuelles irgendwie zu sein, bei mir jetzt zum Beispiel mit den Pedalen oder so. Denn dann wäre es ja auch irgendwie so, dass Noah immer noch eine sehr, 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 sehr gute Ergebnis einfahren würde. Das ist auch so, wenn du das jetzt mit den Patchern sprichst und du da nicht erlesen kannst, was gepatcht wurde, das finde ich von Entwicklern nicht gut. Also gerade wenn du beispielsweise eine Szene hast, die E-Sports betreibt, rundherum um dein Spiel und du machst so, ich sag mal in Anführungsstrichen, schwammige Patchnotes und die Leute können damit nichts anfangen. Dann hast du halt solche Situationen wie jetzt gerade, wo halt jemand sitzt und sich 3000 Fragen stellt. Ja, was ist es denn jetzt? Bin ich das jetzt? Ist das jetzt das Auto? Oder war es jetzt ein Patch? Oder ist es irgendwas anderes? Weil, also Leute wie Mabix, Noah, Niklas, die ganzen Leute, die kennen die Dinge in- und auswendig. Und es ist fast nahezu unmöglich, also mal formtief, ja, aber nicht auf Dauer. Und das macht, glaube ich, auch ein bisschen was mit deinem Kopf irgendwann. Und ich, würde ich vermuten, dann sagen wir im Schnitt, sagen wir mal als Beispiel, 10 Positionen schlechter irgendwie dastehen. Ich möchte nicht das Thema BOP aufmachen, denn die Custom BOP ist mittlerweile so gut, in den allermeisten Fällen, dass man mit jedem Auto, sage ich, auf jeden Fall gewinnen kann, wenn einem das Auto liegt, wenn man das Potenzial aus dem Auto rausholen kann. Dann kann man mit jedem Auto ein Rennen gewinnen auf E-Sports-Niveau, sage ich. Es gibt da natürlich noch Ausnahmen, manche Autos sind auf manchen Strecken natürlich vielleicht ein bisschen besser, manche ein bisschen schlechter. Das gehört dazu, es ist nie zu 100% perfekt, aber grundlegend ist die BOP so gut, sage ich, dass man, ja, mit jedem Auto zumindest ganz vorne mitfahren kann. So, und genau so war es ja auch vor einiger Zeit. Wir sind mit dem McLaren, auch mit Custom BOP, sehr gut klargekommen und konnten weit vorne mitfahren. Also, was sich für mich momentan sehr komisch irgendwie anfühlt mit dem McLaren, es fühlt sich alles irgendwie nicht so ausbalanciert. Das Auto ist sehr oft irgendwie am Rutschen, generiert wenig Grip, hat wenig Traktion und irgendwie ist das ein ganz schmaler Grad, wo das Auto sehr stabil, sehr gut funktioniert. Und da bin ich, ehrlich gesagt, jetzt gerade einfach überfragt. Ich weiß nicht, woran es liegt, denn ich kannte das so nicht bei McLaren, weil der McLaren eigentlich ein Auto war, was so vom Grundding sehr ausbalanciert war, sehr simpel war, gut zu verstehen war. Wir wussten genau, woran wir zu arbeiten haben, auch was Setups anging. Wir wussten ganz genau, okay, die und die Sachen müssen wir einstellen, wenn wir das und das Ergebnis haben wollen. Und man hatte einfach ein gutes Gefühl dafür, was mit dem Auto unter welchen Umständen passiert, bei welchen Temperaturen das Auto was macht und so weiter. So, da hatten wir ein sehr gutes Grundgefühl für. Und mittlerweile ist es so, wir werden immer wieder irgendwie hier und da so ein bisschen überrascht und wundern uns dann und es ist irgendwie so ein ständiges Hin und Her. So, und dann gibt es eine große Gefahr und zwar Patches. Patches, die nicht kommuniziert werden und Leute damit nicht anfangen können. Anders kannst du das ja gar nicht sagen. Also, ich meine, wir gucken ja wirklich sehr viel auch Jansky-Videos und wir haben so den einen oder anderen da in diesen Videos, wo der McLaren auch gefahren wird. Und man sieht das doch relativ deutlich, dass dieses Auto relativ, naja, unbalanciert, also irgendwas haut er halt nicht hin. Weil das ist, also für mich, so wie ich das im aktuellen Stadion wahrnehme, von außen als Nicht-Fahrer, möchte ich extra nochmal dazu sagen, dieses Fahrzeug, es ist halt wie eine Hüpfburg. Es ist wie eine Hüpfburg. Also, es sieht auch gar nicht, es sieht auch wirklich mittlerweile unangenehm aus, das zu fahren. Aber man verläuft sich einfach in seinem Ganzen, ja, Ausprobieren, Experimentieren, woran kann es liegen? Man probiert ständig neue Setups aus, man probiert ständig neue Einstellungen aus. Wir haben unsere Frost-Feedback-Einstellungen geändert, man verändert seine Pedaleinstellungen, man verändert zig Sachen, weil man denkt, okay, es muss ja irgendwo dran liegen. Aber andersrum muss man ja Dinge ausprobieren, damit man vielleicht irgendwie eine Lösung findet. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, ihr kennt das wahrscheinlich alle. Und da ist es manchmal auch besser, etwas weniger zu machen und einfach wieder sich auf die Basics irgendwie zu konzentrieren. Und ja, einfach vielleicht mal in einer Stellschraube erstmal drehen und fahren, fahren, fahren. Es ist natürlich zeitintensiv. Vielleicht auch mal, so wie wir es jetzt gerade machen, einfach mal andere Autos testen. Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, dieses, man verrennt sich sehr, also was heißt verrennt? Man denkt immer am Anfang, dass man das selber ist, also relativ schnell und fängt dann wirklich an, etwas zu ändern. Ich habe beispielsweise, als ich auf meine Simmo-Cube gewechselt bin, ich habe noch niemals mein Frost-Feedback-Profil geändert. Noch nie. Noch nicht einmal. Nicht eine Stellschraube. Ich habe daran nichts geändert. Das ist seit drei Jahren. Es ist dasselbe, ein und dasselbe Profil, weil ich mir einfach sage, in den ganzen Abertausenden Stunden, die du gefahren bist und das nirgendwo in dem Patchnote steht, dass in irgendeiner Form was dort angepasst wird, kannst du das ausschließen. Auf der Bremse genau dasselbe. Du fährst Abertausende Stunden, du hast dir das beigebracht. Die ändern ja nicht von heute auf morgen das Bremsen. Kannst du vergessen. Da brauchst du auch, also für mich sind das Dinge in den ganzen Jahren, wo ich gesagt habe, das ist ein absolutes No-Go. Wenn ich überlege, als ich jung war und ich habe damals Wolfenstein Enemy Territory gespielt, wie oft ich meine Maussensitivität umgestellt habe, weil ich Tage hatte, wo meine Hand einfach nicht das machen wollte, was ich wollte, das ist einfach nur absolut sinnbefreit, weil du in der Theorie das immer wieder neu lernen musst. Also sagen wir mal so, bei mir ist es sinnbefreit. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Mavix aussieht, ob das was bringt, diese Einstellung durchzugehen, aber ich habe für mich damals schon entschieden, ich werde, wenn ich was gefunden habe, was mir liegt und was ich mache, werde ich das nicht ändern. Es wird immer einen Grund geben, warum das so ist. Entweder, ne, wenn du jetzt beim Schießen bist, hast du einfach irgendwie einen Tag, wo du deine Hand nicht ruhig halten kannst. Beim Fahren, wir können alle beschissene Tage haben und dann will Auge, Hand und Beine einfach nicht zusammen funktionieren. Und das geht auch, du kannst auch Wochen haben, die ultra schlecht laufen. Also wenn ich mir überlege, also bevor ich ACC für mich erstmal ein bisschen beiseite gelegt habe, mich hat einfach dort nur noch alles angekotzt und dann kannst du auch nicht frei fahren. Das funktioniert nicht. So, wenn du jetzt, und das gehe ich bei Mavix ja auch mal davon aus, wenn du halt nebenbei, weil, ne, sein eigener Storm, Polzetter etc., PP, Teamwechsel und sowas, wenn du da auch noch super viel zu tun hast, du denkst zwar, dass du da bist und dass du fahren kannst, aber das beeinflusst dich unterbewusst so sehr, dass du die ganzen, also wirklich die einfachen Sachen nicht auf die Reihe kriegst. Vielleicht ist, also weiß ich nicht, könnte ich mir gut vorstellen, weil ich meine, also den einzigen Teil, den ich mitempfinden kann, ist das Content Creator sein und fahren, nicht auf dem Level, weil ich muss nicht so viel trainieren, dafür mache ich ein paar andere Sachen. Aber wenn das bei mir wirklich so ist, ich habe eine richtig dolle Woche, dann könnte ich am Ende einfach nur noch reinkotzen. Also dann, dann weiß ich schon, wenn ich fünf Tage am Stück Nesca fahre, der letzte Tag wird scheiße. Das weiß ich schon. Da brauche ich gar nicht fahren. Ich weiß, dass der letzte Tag kacke wird. Da brauche ich, da kann ich mich drehen und wenden, wie ich will, ich weiß es. Habt ihr mit anderen Autos genauso am, ja, am strugglen und habt ihr da genauso Probleme? Oder ist das vielleicht nur bei dem einen Auto so? Weil wir haben festgestellt, oder ich habe jetzt auch festgestellt, wo wir mal andere Autos getestet haben, man ist von der Pace her noch nicht mal viel langsamer, obwohl man gar keine Erfahrung hat auf den anderen Autos. Und wenn man sich mit den Autos weiter beschäftigen würde, dann wäre man vielleicht viel, viel schneller. Das wäre auf jeden Fall ein Anzeichen dafür, dass aus welchen Gründen auch immer der McLaren einem einfach gerade nicht mehr so liegt. Entweder man ist einfach überfahren, was das Auto angeht, oder es haben sich irgendwelche Sachen im Hintergrund geändert. Sei es, was es will. Es können ja manchmal die diversesten Gründe sein, warum das so ist. Das hat mich übrigens der Wechsel von 2022 auf 2023, als sie den BMW komplett kaputt gepatcht haben. Das war das beschissenste Jahr und das Jahr davor war es mit Mänglerin. Du suchst hier einfach, und das war auch der Punkt, wo ich gesagt habe, ich suche mir nie wieder ein festes Auto aus. Du suchst hier ein Auto aus und gerade bei den Teams jetzt, das ist eine absolute Katastrophe, weil du bist an dieses Auto gebunden. Und sie patchen irgendwas rein und das ergibt keinen Sinn. Du findest es nicht und dann musst du die Scheiße fahren. Das ist so absolut unglaublich nervtötend an ACC. Das macht mich schon seit Jahren, macht mich das wahnsinnig, dass sie, also die Patches sind gut, die Pflege ist gut, aber diese Sachen, dass es nicht kommuniziert wird und dann ist das Auto einfach kompletter Much. Also wenn ich mal überlege, beim BMW damals, ich weiß gar nicht, nicht die erste Zeit, wo er OP war, sondern als er so einigermaßen gepatcht war, das war, da bin ich so gerne BMW gefahren. Dann kam ein Patch raus und wir haben uns für das Auto entschieden und wir mussten noch drei Ligen damit fahren. Das war die absolute Katastrophe. Das war furchtbar. Das war furchtbar und du kommst aus diesem Auto nicht raus. Okay, in meiner Freizeit kann ich fahren, was ich will. Und dann nimmst du dir einfach, weiß nicht jetzt, weil ich es gerade gesehen habe, nimmst dir ein Essen, bist einigermaßen auf Pace, funktioniert einigermaßen und dann denkst du schon innerlich daran, fuck, wir müssen ja am Wochenende dieses Auto fahren. Und ich, also im Laufe der Zeit, ich kann mir das nur vorstellen, weil bei mir ist es so, hast du überhaupt gar keinen, du hast absoluten Hass auf diese Karre, weil du da dich nicht reinsetzen willst. Weil es ergibt ja auch keinen Sinn, du willst ja auch Spaß haben beim Fahren, du willst dich ja nicht quälen. Und wenn es nicht funktioniert, dann quälst du dich ja nur die ganze Zeit damit. Das ist schon wirklich sehr belastend für den Kopf. Wenn man, sagen wir mal, so war es ja damals auch, wo wir vom Lambo weggegangen sind, wir sind auf den McLaren gegangen, wir haben ein geiles Gefühl und es kommen auch direkt wieder die Ergebnisse. Da sind wir jetzt gerade mal am gucken, ob wir vielleicht nicht sogar für die nächsten E-Sport-Serien irgendwie das Auto wechseln wollen. Das wäre vielleicht für uns schon mal so der erste Schritt. Für frischen Wind, ob es dadurch natürlich insgesamt langfristig deutlich besser wird, ist wieder die andere Frage. Weil ich sage nach wie vor, man kann aus dem McLaren immer noch sehr, sehr viel rausholen. Das Auto hat Potenzial, nur wir können momentan halt einfach nicht das Potenzial aus dem Auto rausholen. Und das ist so eine Sache, ja, die vielleicht hier oben sich auch irgendwann so einbrennt, dass man einfach noch weiter in diesen Teufelskreis reinkommt. Was nehme ich jetzt oder wir auch als Team, was nehmen wir jetzt aus dieser ganzen Situation mit? Also in erster Linie müssen wir natürlich härter arbeiten an der ganzen Geschichte. Das ist vollkommen klar. Training und generell sich mit dem Thema beschäftigen, ausprobieren, einfach irgendwie eine Lösung zu finden, das gehört auf jeden Fall dazu. Man kann sich nicht einfach jetzt darauf ausruhen und sagen, ja, es läuft nicht, dann ist es halt so. Also klar, kann man machen. Kann man machen, wenn man nicht auf dem Level fährt, richtig? Danke, Mavix. Ja, ich mache das auch nur noch so. Aber ich muss auch, das ist das Schöne an der ganzen Zeitung, ich muss das auch nicht machen. Also das ist für mich nicht von Relevanz. Aber für mich ist das genau so ein Ding. Wenn das Ding nicht funktioniert, sage ich einfach, ey, pack's weg. Und gut ist. Und dann kommst du in zwei Monaten, kommst du wieder oder drei oder eine Woche oder so. Glücklicherweise muss ich das nicht machen und mich damit ärgern. Das wäre richtig schlimm für mich. Aber wie ich schon gesagt habe am Anfang, ich bin sehr, sehr ehrgeizig. Und ich bin auch relativ schnell dann unzufrieden. Und ja, ich will wieder, dass es besser läuft. Und das wollen wir auch als Team. Das ist bei uns allen so, dass wir im Endeffekt das Maximum rausholen wollen aus uns, aus dem Auto. Und dementsprechend müssen wir härter arbeiten, härter trainieren. Wir sind jetzt gerade an einem Punkt, wo wir einfach auch ein bisschen ausprobieren. Ihr habt es mitbekommen, wir sind letztes Mal den Aston gefahren. Wir sind letztes Mal den BMW gefahren. Wir wollen auch nochmal das ein oder andere Auto testen bezüglich SRO-Vorbereitung, SRO-Qualifying, dass wir vielleicht sogar ein anderes Auto in Zukunft fahren werden. Und dann ist SRO und dann kommt ein Patch. Und dann sitzt du da und hast dich vorbereitet. Ich bete, also für alle E-Sportler, ich bete, dass das genau nicht passiert. Also, dass das nicht vorkommt. In der SRO und den anderen E-Sports liegen. Da sind wir jetzt gerade am Schauen. Und ja, was kann ich euch generell zu der Thematik sagen? Natürlich in erster Linie, macht euch nicht zu verrückt. Das ist, da ist man schnell so in dieser Negativ-Spirale drin, dass man sich nur noch verrückt macht und alleine dadurch eine halbe Sekunde langsamer ist, weil man einfach, ja, komplett irgendwie, weil das Selbstvertrauen auf der Strecke bleibt. Da kämpfe ich gerade auch mit. Ich bin ehrlich zu euch, das ist kein schönes Gefühl manchmal, wenn du weißt, okay, du kannst eigentlich mit dem und dem Fahrer locker mithalten und dann wirst du auf einmal, ja, dann wirst du auf einmal komplett gebügelt. Und das ist kein schönes Gefühl, gerade wenn man sehr ehrgeizig ist und wenn man euch auch was bieten will und generell dem Team was bieten will und so weiter. Ehrgeiz ist immer so gut, bis zu dem Zeitpunkt, wo du dich selber kaputt machst. Dann ist Ehrgeiz nicht mehr gut. Und das ist ein ganz, ganz schmaler Grad zwischen Wahnsinn und Realität. Wenn du dir mal Rennfahrer anschaust, die im realen Leben fahren, die schon wirklich eine Menge erreicht haben, nehmen wir als sehr, sehr gutes Beispiel, weil das jeder nachgucken kann, Rote Le Mans und du schaust dir Fassbender an. Fassbender ist sehr, 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 sehr ehrgeizig. Diese Ehrgeiz ging aber irgendwann so weit, dass das in seinen Kopf gegangen ist und ihn selber kaputt gemacht hat und das aufgefangen wurde von Menschen, die um ihn rum waren. Nehmen wir jetzt den Teamchef, der ihn aufgefangen hat oder der Vertreter von Porsche oder Richard Lietz jetzt an dem Fall oder Philippe, die haben den immer wieder geerdet und zurückgeholt. Weil Ehrgeiz, also Ehrgeiz ist gut und Ehrgeiz ist auch super wichtig, weil du durch Ehrgeiz ja immer weitergehst und weitergehst und weitergehst und deine Grenzen austestest. Ehrgeiz stellt aber auch Realismus irgendwann in den Schatten. Und wenn der Realismus im Schatten steht, dann wird es zu Wahnsinn. Und wenn es zu Wahnsinn wird, dann ist es zu viel Ehrgeiz. Und das ist super schwer zu balancieren, diese, also diese Dreifaltigkeit, nenne ich das jetzt mal, das vernünftig zu vereinen auf einem Platz. Also wenn ich jetzt für mich selber spreche, in den zehn Jahren, wie ich das jetzt hier mache, war schon sehr oft der Wahnsinn da. Sehr oft. Und das muss ich mir selber auch eingestehen, dass sehr oft in den Jahren Wahnsinn da war, zu sagen, ich kann halt sieben Tage die Woche streamen, den ganzen anderen Scheiß noch machen und so weiter und so fort. Das ist halt einfach irgendwann Wahnsinn. Das hat nichts mehr mit Ehrgeiz zu tun oder Realismus, das ist einfach nur noch Wahnsinn. Und wenn du das ganz, ganz lange verfolgst und dir einfach sagst so, gut, ist ja alles gar kein Problem, kriege ich schon hin. Magst du wohl schon hinkriegen, aber du kriegst es halt nicht mehr so hin, wie du es eigentlich hinkriegen könntest, weil du so eingefahren bist in deiner Sichtweise und in deiner Ausführung der Sachen, dass du keinen Blick mehr von rechts und links hast. Und rechts und links ist halt super wichtig, auch mal da zu gucken. Aber gleichzeitig, ja, beschäftigt euch mit der Thematik, probiert Sachen aus, versucht den Spaß wiederzufinden, das ist das Wichtigste, glaube ich. Das kann manchmal ein Autowechsel sein, das kann manchmal eine Pause sein, das kann manchmal noch ein bisschen mehr Training sein, das ist bei jedem irgendwie individuell und da suchen wir gerade auch unseren Weg. Aber ich finde, das ist gerade so ein Thema, das ist für euch interessant, das mal so zu hören, glaube ich. Und eine Sache würde ich gerne noch hinzufügen, zu den drei wunderschönen Punkten, die Mabix da gebracht hat. Mal Gras anfassen. Das ist das dümmste Meme aus dem Internet, was es gerade gibt, ne? Aber einfach mal aufzustehen, die Kiste ausmachen, rausgehen, Tür zuschmeißen und einfach mal eine frische Luft sein. Und wenn du nur in den Wald gehst und fünf Meter durch die Gegend läufst, einfach nur, dass du mal das Sauerstoff und Vitamin D und Sonne deinen Körper berühren und du dir einfach, die Welt ist gerade einfach nur mal Welt. Also das hilft mir beispielsweise auch extrem, wenn so ein richtig abgefachter Tag ist, so wie heute. Also heute nicht abgefuckt im Sinne von schlecht. Aber ich weiß jetzt schon, wenn heute Abend um 10 das Rennen fertig ist oder 22.30 Uhr, wann auch immer. Und ich gehe einfach nur noch eine Dreiviertelstunde nach draußen und habe Sauerstoff und kann mal die, kann mal Gras anfassen. Dann kommst du auch wieder mal zurück in die Realität und dann, ah, okay, ist alles gar nicht so wild. Gehen wir noch mal fünf Schritte zurück und dann gucken wir uns noch mal an, was jetzt hier aktuell nicht so gut läuft. Ihr seht dann auch mal, dass es bei uns auch unter Umständen mal nicht so gut laufen kann oder bei mir. Und wir probieren da fleißig weiter aus, Leute. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Die ein oder anderen Sachen könnt ihr vielleicht mitnehmen. Das finde ich super. Und wir geben weiter Vollgas. Hoffentlich dann bald wieder in gewohnter Stärke, in alter Stärke. Lasst ein Däumchen da. Checkt hier gerne im Anschluss das nächste Video aus, Leute. Ich sage bis zum nächsten Mal, euer Mavix weiter Vollgas geben. Let's go. Ich finde das schön, dass Mavix das macht und offen darüber spricht, weil das für sehr viele Leute hilfreich ist. Denn als Content Creator wird man meistens nur, oder Content Creator beziehungsweise Slash Fahrer, wirst du nur für deine Erfolge gefeiert. Und wir sollten uns aber auch für Tiefschläge feiern. Denn nur in den Tiefschlägen steckt noch sehr viel Erfolg drin. Denn nur dadurch kommen Menschen dahin, wo sie sind. Wenn man sich das jetzt mal in Form eines Graphen anguckt, hast du immer ein Hoch und du hast wieder ein Tief. Und dann hast du wieder ein Hoch, was aber höher ist, als das Hoch, was du vorher hattest. Und Menschen sprechen leider nie zwischen dem einen Abschnitt und dem anderen. Darüber wird sehr wenig gesprochen. Und das wird auch sehr wenig artikuliert und ausgeführt, so dass Menschen das nachvollziehen können. Gerade wenn du dir jetzt beispielsweise mal Bücher durchliest, in den meisten Büchern, wenn es halt um Personen geht beispielsweise, wird sehr wenig über Misserfolge gesprochen. Und ich finde das sehr schön, dass Mabix auch über seinen, ich nenne es jetzt in Anführungsstrichen einfach mal Misserfolg spricht. Denn das gibt, glaube ich, vielen Menschen sehr viel Hoffnung, die da draußen fahren und so richtig abgefuckte Wochen haben. Und sich dann so denken, ach scheiße, eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr. Ich brauche meinen Rig up, ich verkaufe das, läuft eh nicht. Das gebt euch Hoffnung, weil auch die mit die schnellsten Fahrer, die im E-Sports unterwegs sind, können auch mal reinscheißen. Und das nicht zu knapp. Finde ich gut. Danke Mabix, dass du das geteilt hast. Danke. – Grüße, Spaß mit dir.